Ross, herzlichen Glückwunsch. Toto hat schon vor der Session gesagt, er würde eine pessimistische Einschätzung haben. Es könnte der dritte Platz werden und jetzt ist es der zweite Platz. Wie glücklich sind Sie darüber? Ja, sehr glücklich. Ich denke, wir sind ein bisschen hinten dran, aber insgesamt haben wir doch einen super Job gemacht hier im Qualifying. Und Nico insbesondere mit dieser Runde. Wir haben hier am Wochenende vielleicht nicht das schnellste Auto, aber im Qualifying haben wir einen super Job gemacht, haben das richtige Setup gefunden und Nico ist eine außerordentliche Runde gefahren. Sie haben Nico über Funk gesagt, dass Sebastian ein wenig nervös war, ihm zuzuschauen. Waren Sie überrascht über diesen kurzen Abstand? Ja, ein wenig überrascht. Aus dem Grund, weil die Strecke kann auch noch schneller werden und ich bin mir sicher, dass Sebastian ein wenig nervös war. Es war aber für ihn auch gut, einen Satz Reifen zu sparen. Es wird also sehr hart zu schlagen sein morgen. Wie sehen also Ihre Vorhersagen für morgen aus? Was könnte Ihr Vorteil sein? Sebastian und Marc waren am Freitag beide sehr schnell. Ihre Rennpace war wirklich ziemlich stark. Wir müssen darauf hoffen, dass Marc verwickelt wird in Kämpfe ein weiter hinten dran und wir müssen vielleicht auf Safety Car hoffen. Wir müssen auf jeden Fall sehen.